Okay, Freunde, jetzt wollen wir herausfinden, ob wir mit dem Raketenwerfer auch auf Leute schießen können, Freunde. Und das Ding ist, wenn man so auf die Person schießt oder wenn man auf sie zielt, passiert gar nichts. Wenn ich hier auf das Auto ziele, lädt es, geht auf 100% und trifft wahrscheinlich 100% den Panzer. So muss man ein bisschen abwägen. Und das Ding ist, der Trick dabei ist, Freunde, wenn ihr auf den Boden schießt, seht ihr bei dem roten Spot, wo die Rakete landet, MBK geht hin, 106 Damage macht das ganze Ding. Und es ist relativ schwer, damit jemanden zu killen, Freunde, aber gegen Fahrzeuge extrem krass. Like und Abo dalassen, wenn euch das gefällt und jetzt viel Spaß mit den nächsten Shorts.